Jetzt weiß ich, warum es nicht richtig läuft. Da ist die... Scheiße, da ist die Antenne an. Ich kann die Abkürzungen und so nicht nehmen. Freunde, was geht bei euch? Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8 Deluxe auf der Nintendo Switch. Mit mir, eure Mualty und Freunde. Natürlich, ihr kennt mich, wir gehen natürlich wieder schön ins Online-Rennen rein. Ja, es ist ja schon wieder ein paar Tage vergangen, als wir das letzte Mal Mario Kart 8 gespielt haben. Und ich freue mich natürlich sehr darauf, dass wir jetzt hier wieder Vollgas geben können. So, wen haben wir denn noch nicht genommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr so richtig, muss ich sagen. Hm. Meinen habe ich, glaube ich, schon mal genommen, ne? Ich glaube, die Dingern sind ja auch schon mal durchgegangen. Lemmy habe ich, glaube ich, noch nie genommen. Ha, ha, ha. Ruhig, mein Brauner, ruhig. Der Typ hat keine Augen. Die haben beide keine Augen. Womit haben die beiden die Augen da oben? Okay. Okay. Donut Ebene 3. 100 CCM. Okay, jetzt sind beide Japaner. Was war auch so? Was war auch sonst, Freunde? Was auch sonst? Ne, haben sie beide die Augen da oben. Okay. Die nehmen bestimmt beide da vorne da diese, wie heißt die, Tanuki Mario Dinger da. Okay, let's go. Ich hab dich so vermisst. Oh, Mario Kart. Wow. MC Fettkopf, Alter. Ha, 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 ha. Das ist ja geil. MC Fettkopf. MC Fettkopf, Alter. Das ist ja mega. Oh, alles so beieinander. Hier, muss ich sagen. Der Fettkopf. Oh, what? Oh, was? Wieder daneben. Alter, Willy. Okay. Du kommst schon weiter. Jetzt aber, Alter. Du bist letzter, Digga. Vorletzter. Ich komm noch nicht mit den großen Reifen. Ja, aber das läuft gleich. Ich brauche jetzt gleich mal so eine Kugel-Villy-Rakete. Ich brauche erst mal zwei. Jetzt brauche ich. Okay, soll ich jetzt die Kugel... Oh, Mann. Oh. Ja. Was ist denn hier mit meinem Controller, Alter? Der reagiert nicht. What? Das ist schlecht. Alter, what is this? Ach, Computer gehe ich da wahrscheinlich, ne? Ach, machen die jetzt die Lobby voll, jede... Ah, wusste ich gar nicht. Machen die jetzt die Lobby voll? Guck mal nach hinten. Guck mal zurück. Guck mal, da hinten geht noch gar nicht, ne? Wie Aufnahme gespeichert. Sollt's da hingucken, Digga. Ach, keine Ahnung. Egal, komm. Let's do this. MC Fettkopf ist auch nur dabei. Da, ba, da, da. What? Da, 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 da. Und Tschüss. Da, ba, da, da. Oh, gut, Alter, das hat die nicht meine Beine. Ey, Fetty, werf deinen Panzer, bitte. Wow. What? Wer ist denn der Erster? Ich brauche den Doppel, ich brauche den Doppel. Alter, warum sind die denn alle so dicht hinter mir? Der hat einen Bumerang, der Drecksack. Feuer. Nein. Ich brauche den Doppel, ich brauche den Doppel. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Nein, zu früh. Ja. Jetzt. Wirf. Ich bin nur Dritter. Der Fettkopf, Alter. Erster. 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 Ich habe zu Weihnachten von meiner Freundin eine Fitnessuhr hier bekommen. Und die zeigt immer an, meine Herzfrequenz und sagt mir immer, wann ich nur laufen muss und so. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich muss sagen, trotzdem, wie ich mich immer aufrege, meine Herzfrequenz, die ist echt niedrig. Ich habe nur 66 Schläge pro, 68 Schläge pro Minute. Also ich bin die Ruhe selbst, muss ich sagen. Ja. Ich bin die Ruhe selbst. Oh, jetzt kriege ich das fette Schwein, was es braucht. Oh. De, 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 de. MC Fat Corp. Ich wollte gerade meine Banane nach vorne werfen, Alter. Bam. War schön im Windschatten, oder? Muss ich sagen, ey. Da kommt sowieso gleich ein blauer Panzer. Jetzt ist der Whitey mal erster, da können wir dann direkt die blauen Panzer werfen. Bam, 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 bam. So, wer von euch kann die Abkürzung nehmen? Der geht an mir vorbei, Alter. Haha. De, 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 de. Oh, Ego, du kannst gewinnen. Bitte gib alles für uns. Und schon bin ich wieder zweiter, dritter. MC Fat Corp, Alter, wer? Hier. Alter, hau doch ab mit deinem... Der hat beide getroffen, Alter, mit dem Bumarang. Ich bleib bekloppt, Alter. What the? Hau doch ab mit deinem scheiß Bumarang, Mann. Jetzt weiß ich, warum es nicht richtig läuft. Da ist die... Scheiße, da ist die Antenne an. Ich kann die Abkürzungen und so nicht nehmen. Da ist das erste Mal, da ich die Konsole wieder anhatte seit Weihnachten. Meine Tochter hat gespielt. Ich habe seit Weihnachten die Nintendo Switch nicht angehabt. So eine Scheiße. Da kann ich auch nicht runterfallen, Alter. Oh, das sehe ich jetzt erst. Nein, ey. Und ich denke ganz einfach, warum nimmt der denn nicht die Abkürzungen, Alter? Nimm die Double, nimm die Double, nimm die Double. Mann, wie geht das weg? Hier oben, ey. Mann, haha, ey. Ich denke mir so... Warum geht der denn da nicht über die Abkürzungen? Hammer, Hammer. Ich habe die Konsole seit Weihnachten nicht mehr angehabt. Alter, die lacht eine Woche... Lacht die Woche in meiner Hülle. Ich habe die noch nicht mal mehr ausgepackt gehabt. Wir waren ja... Wir waren ja die ganze Weihnachten bei Familie überall gewesen. Wir waren nur unterwegs. Damit meiner Tochter nicht ganz langweilig wird, ja, habe ich die Switch mitgenommen. Und dann habe ich Mario Kart angemacht und für sie mache ich diese Schlausteuerung. Da bin ich im Aus, Alter. Ich habe mich schon gewundert, warum ich... Ich habe mich schon gewundert, warum ich bei, ähm... Hier bei Regenbogen nicht runtergefallen bin. Haha, Mann, ey. Warum aber... Alter, wir spielen online. Macht doch die... Warum macht er das denn online nicht aus? Ey, das ist doch total lächerlich, nicht? Das kann ja dann jeder anmachen. Zum Beispiel bei den Regenbogen-Level und so. Da fällt es ja nicht runter. Nie. Das ist ja total... Okay, ein bisschen krass, oder? Wenn sie da ausmachen können. Also gerade Online-Spiel. Wir spielen ja online. Verstehe ich nicht. Und ich habe mich gerade schon gewundert bei der ersten Runde, warum das nicht richtig reagiert, Alter. Klar. Wenn du nicht außerhalb der Strecke fahren kannst, dann ist das so, ne? Dann reagiert der nicht, ne? Unglaublich, ey. Unglaublich. Ich habe die ganze Zeit nur Augen, ob da ein blauer Panzer kommt, ey. Ich bin schnell als das Flugzeug! Das war bestimmt eher Berlin. Jetzt gleich kommt der blaue Panzer und dann hat es sich jetzt sowieso erledigt. Yeah! Für den Marienkäfer, der richtig geil gemacht hat. Den muss ich mal echt sagen, ey. Finde ich richtig gut. Bitte kommt kein blauer Panzer, Alter, bitte. Ich führe so hart. Jetzt kommt er! Jetzt kommt der Scheiß! Jetzt kurz vor Schluss! Scheiße! Nein! Ja! Das ist in der Luft! Nein! Ja! Das war genial! Ich bin raus für heute, ja. Da haben wir letzte Runde gewonnen. Ob ich jetzt daran lache, ob ich die Bewegungssteuerung anhatte oder nicht. Ich kann, ach, dieses Antenne-Dinge. Ich kann es euch nicht sagen, Freunde. Ich weiß es nicht. Ich kann mir wirklich nur sagen, ihr wusstet nicht. Ja, ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich habe mich gewundert. Ich dachte schon, wenn der leckt irgendwie, oder mein Controller wäre jetzt kaputt. Ja. So ist es, Freunde. So ist es. Aber egal. Wir haben eine Runde gewonnen. Und das ist das Wichtigste. Freunde, bis dahin alles Gute. Ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns gerne das nächste Mal wieder. Bis dahin alles Gute. Euer Whitey. Peace! Bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute. Bis dahin alles Gute.